John Lothrop Motley, Historiker, 1832 bis 1833, Prinzenstraße 10 John Lothrop Motley John Lothrop Motley, geboren am 15. April 1814 in Dorchester, Massachusetts, heute ein Teil Bostons, gestorben am 29. Mai 1879 in Frampton Court, Dorset, England, war ein US-amerikanischer Diplomat und Geschichtsschreiber. Leben und Werk Er besuchte die Round Hill School in Northampton, Massachusetts, wo George Bancroft einer seiner Lehrer war. Er studierte bis 1831 Rechtswissenschaft in Harvard sowie 1832-33 an der Georg-August-Universität Göttingen, wo er mit Otto von Bismarck befreundet war, und an der Friedrich-Wilhelm-Universität Berlin, wo Alexander Graf Kaiserling als weiterer enger Studienfreund hinzukam. 1837 heiratete er Mary Benjamin. Er schrieb zwei historische Romane über den englischen Abenteurer Thomas Morton, die er anonym veröffentlichte. Der Roman Morton's Hope enthält autobiografische Elemente und beschreibt in der Figur des Otto von Rabenmark Bismarck als eine nach außen rauflustige, nach innen aber sensible Persönlichkeit. Bald konzentrierte er sich aber vor allem auf das Studium der Geschichte der Niederlande. 1851 bis 1855 forschte er vor allem in Dresden, Brüssel und Den Haag, um Material zusammenzutragen. Anspann от Anspann 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 Untertitelung des ZDF, 2020